Johann, spann den Wagen an, denn der Wind treibt Regen übers Land, so ist es. Regen haben wir, Johann haben wir, der den Wagen anspannt. Hier vorne macht sich jetzt Johann Lafer auf den Weg. Wir verabschieden uns von Johann, der kommt zu euch nach Hause, vielleicht zu eurer Grillparty. Sein erstes Ziel ist Heidelberg. Wir hören mal kurz. Johann, alles dabei für den ersten Trip nach Heidelberg? Ich glaube schon, ja, Autogrammkarte nehme ich noch mit jetzt und ansonsten alles okay. Wenn die keiner möchte, kommen die auf den Grill? Ja, genau. Ne, Rezepte nehme ich noch mit, aber sonst ist alles gut. Gut, macht euch gespannt auf Johann. Die Lederjacke wird es sein, die nachher in Heidelberg ankommt. Jetzt ist es allein, das Team. Johann ist weg und Ruth, Tim und Christian sind allein zu Hause. Mal sehen, ob sie das hinkriegen mit dem Gericht. Und die drei. In New Mexico und auch da wird mitgegräht. Wir sagen Hallo nach Alamogordo. Hallo. 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 Bis zum nächsten Mal.